Der Gotteswahn, The God Delusion, ist ein 2006 erschienenes Buch von Richard Dawkins, einem Evolutionsbiologen und bekannten Atheisten. Es hat sich schnell zu einem der einflussreichsten Werke in der Diskussion über Religion und Atheismus entwickelt. In diesem Buch greift Dawkins die Vorstellung von Gott und Religion auf, kritisiert die gängigen Argumente für den Theismus und stellt die Frage, ob die Welt nicht besser dran wäre, wenn sie sich von religiösem Glauben abwenden würde. Mit wissenschaftlicher Schärfe und klarem Fokus argumentiert er, dass der Glaube an Gott nicht nur unbegründet, sondern auch potenziell gefährlich ist. Das Buch ist in zehn Kapitel unterteilt und beschäftigt sich mit einer Vielzahl von Themen, von den traditionellen Argumenten für die Existenz Gottes bis hin zur Frage, ob Religion moralische Werte vermittelt oder der Menschheit mehr schadet als nützt. Ein tiefer Humanismus. Dawkins beginnt das Buch mit einer Einführung in den Humanismus und die Idee, dass wir als Menschen eine tiefere Verantwortung für unsere Mitmenschen haben, als uns Religion oft zugesteht. Er beschreibt, wie die Religion den Menschen oft als untergeordnet und sündhaft darstellt, wohingegen der Humanismus den Menschen als moralisches Wesen anerkennt, das in der Lage ist, das Gute auch ohne göttliche Intervention zu verstehen und zu tun. Dawkins stellt die Frage, brauchen wir Gott, um moralisch zu sein? Seine Antwort lautet, dass der Mensch ohne göttliche Gebote in der Lage ist, eine gerechte und ethische Gesellschaft aufzubauen. Der Gott der Lücken. Hier setzt sich Dawkins mit der Vorstellung auseinander, dass Gott oft als Antwort auf unerklärliche Phänomene herangezogen wird, die die Wissenschaft noch nicht erklären kann. Eine Theorie, die als Gott der Lücken bekannt ist. Diese Argumentation, so Dawkins, ist gefährlich, weil sie den wissenschaftlichen Fortschritt hemmt und den Menschen davon abhält, nach natürlichen Erklärungen zu suchen. Anstatt die Lücken im Wissen mit übernatürlichen Erklärungen zu füllen, fordert Dawkins dazu auf, sich der Wissenschaft zuzuwenden, um diese Lücken zu schließen. Er argumentiert, dass diese Tendenz, Gott in Bereichen des Unbekannten zu suchen, mit dem wissenschaftlichen Fortschritt zunehmend überflüssig wird, da immer mehr natürliche Erklärungen für einst rätselhafte Phänomene gefunden werden. Argumente für die Existenz Gottes Dawkins analysiert in diesem Kapitel die klassischen philosophischen Argumente für die Existenz Gottes. Er behandelt dabei das ontologische Argument, das kosmologische Argument, und das teleologische Argument, das Argument des intelligenten Designs. Das ontologische Argument, das von Philosophen wie Anselm von Canterbury und René Descartes entwickelt wurde, beschreibt Dawkins als aufgeblasenes Spiel mit Worten, das in der realen Welt wenig Relevanz hat. Er konzentriert sich besonders auf das teleologische Argument, das besagt, dass die Komplexität und Schönheit des Universums nur durch einen intelligenten Designer erklärt werden kann. Dawkins entkräftet dieses Argument, indem er die Evolutionstheorie als ausreichend starke Erklärung für die Entstehung der Arten und die Entwicklung komplexer Strukturen beschreibt. Er betont, dass natürliche Prozesse wie die natürliche Selektion die Illusion von Design schaffen können, ohne dass ein übernatürlicher Designer notwendig ist. Warum fast sicher kein Gott existiert? In diesem Kapitel bringt Dawkins sein zentrales Argument gegen die Existenz Gottes vor. Wenn Gott so komplex ist, dass er in der Lage ist, das Universum zu erschaffen und zu lenken, müsste er selbst einer unglaublich komplexen Erklärung bedürfen. Statt jedoch die Frage nach der Entstehung dieses Schöpfers zu stellen, neigen Theisten dazu, Gott als unerklärbar darzustellen. Dawkins hält dies für eine unbefriedigende Erklärung und argumentiert, dass die Annahme eines allwissenden, allmächtigen Wesens mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. Anstatt die Existenz Gottes als Antwort auf die Komplexität des Universums zu akzeptieren, plädiert Dawkins dafür, dass natürliche Erklärungen wie die Evolutionstheorie und die Quantenphysik das Potenzial haben, die scheinbare Ordnung des Universums zu erklären, ohne dass ein übernatürlicher Designer erforderlich ist. Die Wurzeln der Religion Dawkins stellt die Frage, warum gibt es Religion? Er untersucht die evolutionären und sozialen Wurzeln des religiösen Glaubens und entwickelt die Theorie, dass Religion als Nebenprodukt nützlicher evolutionärer Anpassungen entstanden ist. Zum Beispiel könnte die menschliche Neigung, Autoritäten zu gehorchen und die Weisheit älterer Generationen zu respektieren, in der frühen Menschheitsgeschichte überlebenswichtig gewesen sein. Diese Neigung könnte dazu geführt haben, dass religiöse Ideen, die oft von Autoritätspersonen wie Priestern und Schamanen verbreitet wurden, in menschlichen Gesellschaften Fuß gefasst haben. Dawkins stellt auch die Hypothese auf, dass Religion als Mem, ein kulturelles Gedankenkonstrukt, das sich wie ein Gen durch Kopie und Weitergabe verbreitet, gesehen werden kann. Memetische Ideen wie Religion könnten sich in menschlichen Kulturen durchsetzen, weil sie bestimmte psychologische Bedürfnisse ansprechen, wie den Wunsch nach Sinn, Sicherheit und Trost. Die Gefahren der Religion In diesem Kapitel geht Dawkins auf die potenziellen Gefahren und negativen Folgen von Religion ein. Er argumentiert, dass Religion oft Gewalt, Intoleranz und Fanatismus fördert. Er verweist auf historische und moderne Beispiele religiös motivierter Gewalt, wie die Kreuzzüge, den Terrorismus und die Unterdrückung von Frauen und Minderheiten durch religiöse Normen. Besonders kritisch äußert sich Dawkins zur Indoktrination von Kindern durch religiöse Institutionen. Er betrachtet es als eine Form von Kindesmissbrauch, Kindern religiöse Lehren aufzuzwingen, bevor sie in der Lage sind, kritisch über Glaubensfragen nachzudenken. Für Dawkins besteht eine klare Trennung zwischen dem Schutz von Kindern und der Aufrechterhaltung von Glaubenssystemen, die auf Angst und Gehorsam basieren, Religion und Moral. Dawkins beschäftigt sich hier mit der Frage, ob Religion eine notwendige Grundlage für Moral ist. Er argumentiert, dass moralische Prinzipien und ethisches Verhalten auch ohne den Glauben an Gott existieren können. Er zeigt auf, dass viele moralische Regeln, die von Religionen gelehrt werden, in Wirklichkeit auf menschlicher Empathie und dem Bedürfnis nach sozialem Zusammenhalt basieren. Dawkins verweist auf säkulare humanistische Werte, die eine ethische Grundlage ohne Bezug auf religiöse Gebote bieten. Er kritisiert auch die Bibel als moralische Autorität und stellt dar, wie einige der in religiösen Texten enthaltenen Gebote, zum Beispiel Gewalt gegen Ungläubige, im modernen Kontext nicht mehr akzeptabel sind. Stattdessen plädiert er für eine auf Vernunft und Mitgefühl basierende Ethik. Ein Bewusstsein für Atheismus. Dawkins schlägt in diesem Kapitel vor, dass Atheisten selbstbewusster in ihrem Glauben an die Wissenschaft und Vernunft auftreten sollten. Er fordert Atheisten auf, sich von dem Stigma zu befreien, das oft mit dem Unglauben an Gott verbunden ist und stattdessen stolz zu sein auf ihre weltliche Perspektive. Er erwähnt Bewegungen wie den Brights-Begriff, der versucht, Atheisten und Skeptiker in einem positiven Licht darzustellen und fordert Menschen dazu auf, den Atheismus als eine legitime und rationale Lebensweise zu akzeptieren. Gottes Ersatz, Wissenschaft als Quelle der Inspiration. Dawkins argumentiert, dass die Wissenschaft eine weitaus inspirierendere und erfüllendere Quelle der Wahrheit und Schönheit ist als Religion. Er beschreibt die Erforschung des Universums durch Wissenschaftler und Naturforscher als eine Art spirituelle Reise, die weit tiefere Antworten auf Fragen nach dem Woher und Wohin des Menschen liefert als religiöse Mythen. Für Dawkins sind die wissenschaftlichen Entdeckungen über die Weiten des Universums, die Evolution des Lebens und die Funktionsweise der Natur letztendlich tief befriedigend und bieten ein Gefühl des Staunens, das mit religiöser Erleuchtung vergleichbar ist. Die Entfesselung vom Glauben. Im letzten Kapitel ruft Dawkins dazu auf, sich von den Fesseln des religiösen Glaubens zu lösen und eine säkulare, wissenschaftlich geprägte Weltanschauung zu entwickeln. Er glaubt, dass die Menschheit durch die Ablehnung von Dogmen und den Glauben an übernatürliche Wesen eine gerechtere, friedlichere und ethischere Welt schaffen kann. Zusammengefasst plädiert Dawkins in Der Gotteswahn dafür, religiösen Glauben durch Wissenschaft und Vernunft zu ersetzen. Religion wird nicht nur als überflüssig, sondern auch als potenziell schädlich angesehen, während Atheismus und Wissenschaft als bessere Alternativen präsentiert werden, um die Welt zu verstehen und ein erfülltes Leben zu führen.